Was geht ab, ihr sexy Sausages? Das Let's Play. Heute werde ich nur schreien. Weil es das beste Game der Welt ist. Wir spielen es vielleicht zu zweit, wenn es funktioniert. Vielleicht, wenn sie fortfahren würden. Charakter hinzufügen? Gut, es funktioniert nicht. Machen wir das mit der Maus. Das ist mein Fischboy. Das ist Mann 1, Mann 2 und Mann 3. Also die ersten zwei waren gleich, aber haben eine andere Nummer. Drake ohne Haare. I don't need a hardline fish. Okay, der war schlecht. Wufti. Ja, wir spielen jetzt eine Frau, glaube ich. Ich fange fette Aal heute. Heute werde ich ein... Du bist doch fett, oder nicht? Heute werde ich ein Mann angeln. Hat eigentlich ein Mann angeln. Ja. Drake mit dem komischen Shirt, wo er raussticht. Irgendwie kann ich nicht mit Dingen, also spielen wir mit dem. Was? Name nicht zugelassen? Ja, du hast keinen Namen eingeben. Ja. Drake. Was ist das? Draken. Okay, wir haben 0 Punkte bis jetzt. Level 1. Ich dachte... Charakter hinzufügen. Kann man auch einen oder... Klicke mal drauf. Ich glaube, du kannst nur einen machen, aber... Wie nimmst du? Ja, nimm mal... Mal weiter, mal weiter. Den. Wie heißt du, Dude? Der da. Genau so. Okay. Aber ich glaube, das ist nur für einen. Jetzt habe ich der da genommen. Scheiße, egal. Hörst du die Musik? Die ist wunderschön. Du musst auf Space drücken. Und dann in Space fliegen. Oh, mehr Spiele geht auch. Ja, also. Hau rein. Yeah. Yeah. Das ist ein Online-Fuck, glaube ich, oder? Ah. Öffentliches Spiel. Mit Freunden hosten. Nein, das ist nicht so... Ah, klick mal. Ah, nee, egal. Ja, egal. Spiel du dann. Also, Akademie oder Angeln gehen? Nein. Gleich angeln, Bro. Ja, wir sind schon fertig. Okay, wir sind schon fertig. Ich weiß, wie wir das tun, Dude. Ich weiß das. Rudolf. Ich weiß das. Ich weiß das, wie man. Halt's Maul. Was? Ich will dir hier mein Herz ausschicken. Und du hörst mir nicht zu. Wow. Das wird mein erstes Mal, dass ich überhaupt angeln gehe. Also, die rauf ist ein bisschen flacher aus hier. Was ist das? Die Sonne ist gut. Das ist nicht so. Haben sie ein bisschen... Bisschen gelegt? Oh. Das sind die Sweet Spots der Fisch. Genau. Da können wir so eine Mona Lisa finden. Das sind so ein Google-Dings. Let's bounce to this, please. Google-Map-Ding. Alright. Was? Benutzt du den Charakter zu bewegen? Spring ins Wasser. Lass dich mal... Go with the flow. Nee. Hier ist nicht so gut hier. Der Wind ist voll voll. Geht voll in die andere Richtung. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Ciao. Haben wir Zeit oder sowas? Da steht 7... Achso. Ich kann schneller gehen. Wir sind noch mal früh wach. Heute will ich einen dicken Fisch angeln. Das sage ich dir. Meine Frau wird sich freuen. Das glaube ich am frühesten, wo wir mal aufgestanden sind. Gleich mal werfen. Alright, Partner. Was? Angelpfeil? Basen? Sie jetzt sehen die anderen Angler, dass du der Alpha Angler bist. Anders geht's. Anders geht's. Anders geht's. Anders geht's. Blatch. Oder... Leg mal ab, das Ding. Guck mal, wie früh wach der ist. Ich habe schon vorher gemeint, dass wir gar nicht mehr so früh aufstehen. 7.13 Uhr, Mann. Okay, das Spiel ist toll. Ja, wenigstens haben wir Zeit, über unser Leben nachzudenken. Dude. Apropos Leben. Apropos Leben. Ich habe dir gesagt, dass ich das erste Mal jetzt angele. Überhaupt in meinem Leben. Zwar nicht echt, aber... Ich glaube, ich habe was. Yes! Komm! Oh nein, scheiße. Oh. Ja! Ich glaube, wir spielen so lange, bis wir mal Fisch holen hier, Alter. Oh, scheiße. Ja, aber zwar so einen richtig großen... Schlammboden. Der Köder könnte von Schlamm bedeckt werden. Wenn er im Grunde des Eis liegt... Also, ich will heute noch einen weißen Heil rausziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich möchte einen weißen... Weißen Katzenfisch. Ja? Nein, wie heißt denn die Katzenfisch? Ah, du Ficker! Ich springe auf die andere Seite gleich. Ja, so eine Eiche. Du machst den Fischen leichter zu entkommen. Algenbett. Ja, das ist doch nicht so cool. Ja, dann lauf mal woanders hin. Fuck it. Nein, ich war... Vorhin war perfekt drin eigentlich. Guck mal, da ist ein Kreuz. Ich glaube, du musst da hinlaufen. Ja, auf der Map. Scheiße. Fuck! Zeldrakspeg. 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 Ja, auf jeden Fall. Ich hab keine Arbeit, aber das ist mein Hobby. Meine Frau und meine Kinder sind zu Hause. Und ich mache nichts zu Hause. Und ich bin nicht zu Hause. Der beste Tag ever. Das ist ein schöner Tag, ich laufe durch den Park. Fisch, 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 fisch. Das ist ein schöner Tag für einen Mann. Oh, was war das? Das wird jetzt ausgezogen. Ja, der wird jetzt gehangert. Das ist kein Sweet Spot hier. Und falls man Dyslexie hat, sagt man, ich habe ihn genagelt. Was ist Dyslexie? Oh, Bro, fall ich rein. Das ist wie wenn du in einem Wort die Buchstaben verwechselst, alle. So eine Krankheit. Okay. Für die, die es nicht wissen. Okay, ich denke, das sieht gut aus. Guck mal, Distanz von 5 Jahren. Tief. Guck mal seinen Sklerosis an. Der hat rücken Probleme. Ah, oh. Was ist das? Was mache ich damit? Guck mal, da hat ja was sich bewegt, oder nicht? Komm, komm. Kannst du einfach so bewegen, oder nicht? Ist da was dran? Oh, dude, I got something. Ich frage mich, wie du den mal rausziehst. Boy? Boy? Ja? Ja, drück E oder so, keine Ahnung. Mehrmals. Oder was muss man machen? I don't know. Ich glaube, I got something, Bro. I got something. Was ist das so? Oh, heute gibt's Sushi, Babe. Komm, komm her, komm, kleiner Fisch, komm. Oh, der ist hart, der ist hart, du, der ist hart. Wir haben einen an der Angel. Oh, wir haben schon was. Wir haben was dickes. Digger Fisch, du, ach. Digger Fisch in der Tüte, da gibt's fette Rabatti drauf. Leg den Fisch in die Tüte rein und ab nach Hause. Leg den Salmonelle Fisch hier. Fisch haben wir da. Salmonelle. Salmonelle am an der Angel haben wir da. Wer haben wir Salmonelle Fisch? Komm, der Bro ist über, komm wieder zurück. Wo hast du, kleiner, du bist... Der so, ich bin stärker, dass du. Wie heftig der Kurve. Hey, der geht gar nicht gerade. Bro, mach mal was hier. Ah, das ist die Stärke, oder? Ja, was ist mit E? Drück mal auf E, da steht E. Ah, hier, Bro. Oh, fuck it, fuck it, fuck it. Guck mal, was ist das für ein Meter jetzt? Der Bro macht Zacken hier, guck mal. Mach mal, mach mal, weiter. Nicht zu stark. Dude, das ist heftig hier. Scheiße hier. Warum, warum ziehst du... Jetzt regnet es noch, oh mein Gott. Jetzt regnet es noch, oh mein Gott. Jetzt regnet es noch. Jetzt regnet es noch. Jetzt regnet es noch. Oh, wo ist dein Fischerhut, man? Oh, no way, du fucker. Shit, ist es am Arsch, oder was? Scheiße nicht. Das war legit. Das war nicht legit, Bro. Ja. Also, Bro. Ich kenn keinen schlechteren Angler überhaupt als jetzt nicht. Ist das am Arsch, oder ist er einfach abgebrochen? Okay, okay. Ja, der ist abgebrochen, der so, ah, fuck it. Ich hole ihn raus, man. Ich slice ihn open. Oh, 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 oh. Mir gefällt wie er singt. Ich wollt grad Köhl sagen. Wir sind eine Angelhute da. Hochstellt. Präsentiert. Shit, er sagt. Er ist präsentiert, also. Ja, so. Ich zeig's dir. Oh, no, no, no. Yeah, oh, yeah. Fuck him with the physics. Fuck him with the physics. Gehen wir dir auch die Kopfhörer mal ein bisschen aus? Ich schau mich selbst an, aber. Bei mir geht voll oft mein rechter Kopfhörer aus. Dein rechter Kopfhörer? Nein, nein, nein. Sorry, Bro. Ja, gut, deswegen hörst du mich her, oder? Keine Ahnung, das gibt eigentlich keinen Sinn. Ich müsste eigentlich nicht hören. Also ich hör alles. Ja. Ich spüre die Welt gerade. Ich spüre diese Grafikfehler da hinten. Ich spüre ihn. Fische mögen es, wenn man sieht. Ein bisschen taunt. Ich glaub, wenn du heute einen Fisch fängst, du kriegst so mad Pussy. Oh, Bro, ich hab was. Ich hab was. Fuck, nein. Boing. Boing. Fangen wir überhaupt heute einen Fisch rein. Klar, ich will sowas von einem Fisch machen. Oder ich sterbe. Ich sterbe verhungern. Oh, schon wieder, schon wieder. Nochmal. Der Bro, der ist hungrig. Oder? Guck mal. Oder ich bemühe dich. Ich sterbe gerade. Oh, Mann. Kann man verhungern in dem Spiel? Ja. Ja. Kiesboden. Kies ist die Heufe Köder. Da ist auch ein rotes Sees liegen sollen. Danke, Tippmann. Tipp Nummer 1. Guck mal, ein bisschen hier so. Ein bisschen so. Ja, gib den Fisch, Bärsch. Guck mal da hinten sein. Oh, da, guck mal. Bärsch, krieg mich da. So, meiner. Diesen fucking Kapador. Das ist der einzige Fisch, den ich kenn. Es gibt noch... Garbados. Ja. Keine Ahnung. Lavados. Lavados, ja. Lavais. Genau. Das ist Lavados. Guck mal, der da, siehst du den? Ich sehe gar nichts. Ich hole den raus. Ich sag's dir. Wehe. Das wird ein One-Shot gleich. Ich hole den jetzt noch raus. Ich will noch raus. Ein One-Shot, ein Kill. Bevor wir die Sünden gleich enden. So heißt es, unser Playlist. So heißt es, unser Playlist. So heißt es, unser Playlist. Was? Genau. Warum flüsterst du? Oh, Bro. Ich denke, ich habe ihn. Ich habe ihn, Bro. Sch, sch, sch. Sch, sch, sch. Sch, 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 sch. Ich hole ihn jetzt gleich raus, Mann. Ja, jetzt. Komm mal. Ich mache so... Er denkt, er ist noch frei. Bei ist er schon in meinem Mund. Ich flüste jetzt einfach so einfach. Bei ist er schon in meinem Mund. Es gibt nur Sinn. Er ist in meinem Mund. Es gibt einfach nur nichts. Er flüste auch weiter. Ich esse ihn einfach jetzt. Ich mache keine Fische. Ich bin sehr allergisch gegen Fische. Oh mein Gott, was ist das? Ist das ein Fisch? Was machen wir gerade? Oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wie geht Fische, Rob? Okay. 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 Ich habe keine Ahnung. Mit ein bisschen ziehen, mit ein bisschen ziehen. Was ist dieses E, wenn du E drückst, Kascher anlegen? Was macht er dann? Oh, ist das? Ja, also, wir hätten ihn schon längst rausgenommen. Kudolf! Oh mein Gott! Das war jetzt ohne Klima. Das ist wirklich gar nicht so. Alright, nächste Mal, Slava. I'm gonna catch a fish tonight. Next time tonight. Das mache ich dann. Nur für Rudolf. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.